Moin Leute, Alex hier. Heute gibt es noch eine kleine Erweiterung zur letzten Challenge, was die Deep Squat Challenge war. Es gab ein paar Leute, die haben gesagt, dass es viel zu leicht war und dass sie das stundenlang halten können. Diejenigen Leute, die machen das mal so, wie ich jetzt zeige. Sucht euch mal eine Stange und geht mal auf so eine Stange drauf und dann Hände loslassen und versuchen hier oben zu balancieren. Seht schon, ich muss auch ein bisschen ausbalancieren und wer ganz verrückt ist, der nimmt die Hände hier auf dem Rücken und balanciert. Okay, macht ruhig mal ein Video davon, zeigt es mir, postet es in die Kommentare und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Danke und bis bald, Alex.